Willkommen zurück zu Let's Play Cognition. Beim letzten Mal haben wir diesem Mann hier sehr viel zu essen gegeben und jetzt müssen wir woanders hin. Ich habe mich schon gewundert, wo sie hin ist. Sie stand hier vor der Wand oder so. Man weiß es nicht. So, wir müssen jetzt nämlich ein Erlebnis triggern und dafür brauchen wir weitere Informationen. Die bekommen wir auf dem Friedhof. Vielleicht kann Cordelia. Cordelia ist so ein toller Name. Okay, ich dachte, die könnte uns vielleicht helfen. Hat das Ganze schon mal gesehen oder so? Hat sie nicht. Was ist das? Oh Gott. Ach, direkt daneben. Natürlich. Das war jetzt schon ein bisschen zu einfach. Ich bin nicht sicher, was ich erwarte, hier zu finden. Was ist das? Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Sarah Goodman. A loving wife. A life gone too soon. Yeah. Okay, hier gibt es sonst auch nichts mehr für uns zu tun. Dann gehen wir wieder zurück. Hallo. Hallo. Ach, ich wollte schon sagen, warum macht ihr das nicht? So, dann gucken wir doch mal. Ich finde es ein bisschen anstrengend, dass wir das immer alles etappenweise machen müssen. Aber nun gut. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was? Was? Das ist sicherlich an Sarah. Robert hat es in ihrer Grave gehalten. Robert hat es in ihrer Grave gehalten? Nein, das ist nicht richtig. Ich muss herausfinden alle Details bevor ich auf meine Energien fokussiere. Okay, ähm, warum kann ich ihm das nicht geben? Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Okay, ich muss mal mit ihm reden. Nein, 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 nein. Wie kann ich etwas liebes? Dankeschön. So will you help me now, Mr. Goodman? Call me Robert. Dankeschön. Hä? Das hatten wir doch alles schon. Your wife, Sarah. Beautiful woman. Very kind. She didn't deserve what happened to her. You don't believe she committed suicide? I didn't believe it was possible at the time. There's new information, and... I've spent a long time trying to convince you people she hadn't killed herself. But that was such a long time ago. Sir, I'm a firm believer that it's never too late for justice. We may have made a terrible mistake. Yeah, tell that to Agent Davies and Agent McAdams. Are they listening? Agent, those still are very painful memories to me. I'll help you. But I don't see the point in all of this anymore. Sarah is gone. And that's something that will never change. Wie viel, wie hat schon das alles schon mal? Did you or your wife have any enemies? Anyone who might have wanted to kill her? You already have all that information in your case files. Do you have any new information or not? Gibt es... I don't have a reason to do that now. Warum? I have to get as much information from him as possible. He's my only lead right now. Ich mach das jetzt nochmal. Okay. Do you know this man? That's horrible. Why are you showing this to me? Trust me. I wouldn't show you if I didn't need to. We found him dead last night. Wait. That's... I do know that man. Do you know his name? Yes, of course. He... I don't... I don't remember. Anything that you can help with. Where do you know him from? Anything? I'm sorry, Agent. I just... I don't remember. Okay, I must now tell you what we're doing. people... I don't know. ... ... Toll, hier steht, zeige Sarahs Kette Robert. Okay, vielleicht muss ich erstmal nochmal versuchen, ihn anzufassen. Das wollte er ja nicht. Ach, jetzt klappt das. So ein Bullshit. Ich habe nicht gesehen, dass das Ding in Jahren gesehen hat. Es war meine Frau. Kann ich? Es war ein Aniversario. Wo hast du es gefunden? Ich habe sie gesehen. Ich habe das gemacht. Religiosamente. Day nach Day. Bis ich einfach zuhörte. Es ist ein Ding der Schönheit. Ich habe sie gesehen, wie sie war. Robert, ich brauche Sie nachdenken, und schaue den Namen dieser Mann in der Bildung. Ich versuche. Ich versuche, das letzte Mal, mit meiner Frau, er kam in die Gespräche. Ich kann nur nicht gut erinnern. Die Details sind... Robert, bitte, versuche ich zurück zu dem Moment. Ich weiß genau, was es, jemanden du liebst. Ich habe meinen Bruder verloren. Und ich weiß, was es ist, um zuhörten, auch zuhörten. Aber es gibt eine reale Chance hier, dass, wenn du richtig bist, wenn deine Frau in Wahrheit wurde, wir finden, diese Person. Also, bitte, helft uns. Okay, was ist das, dann? Ich kann nicht aus dem, was ich zuhörten. Meine Vision sind zu verabschieden. Vielleicht sollte ich Rose ein Verwalt. Okay. Robert, bitte, hierzu. Ich muss etwas machen. Nicht lange dauern. So, also tut mir leid, dass wir jetzt manches doppelt gemacht haben. Ich glaube, der hat nicht richtig gespeichert beim letzten Mal oder man muss die Aktion immer direkt wiederholen, man weiß es nicht. Es ärgert mich immer noch, dass man keine Dialoge skippen kann. Das ist sehr anstrengend. Aber wenigstens haben wir ja Rose, die ist ja schon nett. Okay, das kann ich tatsächlich wiederholen. Okay, das kann ich tatsächlich wiederholen. Ich spreche mit Mama Rose. Ich spreche mit diesem Mann. Ich muss ihn erinnern. Ich kann ihn erinnern. Ich kann ihn erinnern, irgendwie. Aber es gibt ein Stück, die Erinnern sind. Dinge, die er nicht erinnern kann. Die Menschen manchmal büren Details, aber du wärst dir überrascht, wie viel sie erinnern können, wenn sie in der richtige Richtung erinnern können. Wie wenn der süße Ruhige von einer Böden unserdeckt fühlt sich an der Mom leidigsten Böden zu machen. Hmm. Genau. Aber wie kann ich ihn herausfinden, was er erinnern kann? Aber du kannst viel mehr machen als das. Du kannst sehen, was sie denken, dass sie vergessen haben. Er ist schon ein bisschen blöden. Wenn ich ihn diese Sachen erzähle... Das ist nicht der Weg, um es zu tun zu tun. Du kannst deine eigenen Gelegenheit nutzen, um ihnen zu helfen, ohne ein einziges Wort zu nennen. Denkst du es als eine Art von Regression. Regression? Wie? Ist es etwas, in particular, das du willst, mein Lieber? Oh, mein Lieber. Du bist sicher, dass das etwas, was du willst? Es kann sehr schrecklich sein für deine Säule sein. Eine Sache wie das. Ich bin heute in der Cemetery. Und etwas hat mich beeinflusst. Ich kann nicht auf meine Finger auf was. Ich kann nicht auf meine Finger auf was. Also... Ich möchte mich auf was. 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 Wenn du willst, ich werde hier, um dich zu helfen. Close your eyes. Go back to that moment. That day. Remember, was passiert. Na ganz toll, und der Robert sitzt da im Raum und muss warten. Wenn du um jemanden eine violette Aura siehst, kannst du Regressionen auf diese Person anwenden. Um die Fähigkeit anwenden zu können, musst du die Person aber berühren. Kein Problem mit Erika in diesem Fall. Wähle sie aus und klicke auf die Kognitionsgruppe. Wenn du dich in der Regression befindest, kannst du verschiedene Details anwenden. Details in den Erinnerungen der Leute ändern. Details, mit denen du interagieren kannst, werden hervorgehoben, um eine Erinnerung klarer zu sehen. Hier drin kannst du zwei Dinge manipulieren. Die Farbe von Scotts Jacke und sein Gesichtsausdruck. Wenn du beides in Einklang mit der Wirklichkeit bringst, eröffnet sich ein neuer Teil von Erikas Erinnerung. Oh Gott. Klicke auf die Kugel, wenn du mit deiner Wahl zufrieden bist und ein weiterer Teil von ihrer Erinnerung eröffnet sich. Wenn alle veränderbaren Dinge wie in einer Erinnerung stimmen, enthüllt sich die ganze Erinnerung. Wenn nicht, blinkt der Bildschirm rot auf. Nein, das war nicht alles. Are you sure you want to continue? Yeah. Let me try again. Oh Gott. No, that war... Are you sure... Yeah. Okay. I think I got it. Now focus again. Focus on the actual regression and finish that memory you have just manipulated back into what it was. Are you okay? I'm fine. Cordelia? Who? Someone I met today. She knows you. I stole a flower from her brother's grave. I'm such a horrible person. Who does that? What kind of a person forgets to bring flowers to her brother and steals them from another grave? Calm down, my dear. He was calm, Scotty. He had this expression on his face. He knew he would die. He had such a calm expression for my sake. He knew I had failed. But you are still trying, my dear. And he knows that. Wherever he is, he knows that. Ah, na, wenn du das sagst. Ich glaube, sie fährt viel zu schnell. Ich muss das in die Raum kommen. Ah, das ist so albern. Robert, please, try to remember. I'm sorry, Agent. I'm sorry, Agent. Okay. Okay. Let's see what I can make of this. Sarah was a very beautiful woman. So sad. I can't figure out what color dress she was wearing. He took a picture of her. Maybe this could help trigger more memories. How can I find the date? How can I find the time? Okay. They made a nice couple. What station were they at? Not on the date. She was always going to be. Do you remember what color dress she was wearing that day? Why are you asking me these questions? It could help you remember details. I can't remember. Not on the date. What were you doing before you left? Hast du dein Telefon mit dir mit dir? Hast du irgendwelche Telefon? Ich... Ja, ich habe. Und ich habe eine Bildung von Sarah. Was hast du danach gemacht? Ich sende es zu meiner Freundin. Ich weiß nicht, wie es das für eine Hilfe ist. Trust mir, es ist. Erinnerst du die Date, als das passiert? Nein, ich nicht. Entschuldigung, Agent. Erinnerst du die Zeit, als du deine Frau kennst? Nein, ich kann nicht. Robert, du sagst, die letzte Zeit, als du deine Frau gesehen hast, war an einer Station Station. Erinnerst du, welche Station es war? Oh, Gott. Ich weiß nicht, welche Station es war. Aber ich erinnere mich, dass ich sie zu einem Thai-Restaurant auf Boylstern. Sie liebsten. Sie haben das beste Chicken Curry in der Stadt. Ja. Wir sind zu der größten Station, auf der Weg zurück. Erinnerst du den Namen des Restaurant? Nein. Ich bin sicher, dass ich mich erinnere, wenn ich den Namen höre. Das sollte helfen. Okay. Es gibt eine Text-Message von Karina. Hmm. Okay. Okay. Ich bin mir sicher, dass sie jetzt Boylstern. Nein, das ist nicht richtig. Okay. 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 Wir können jetzt seine Schwester anrufen. Okay. Okay. once war. Okay. Oh. Whoops. Now. Ich muss selber vielleicht funktionieren. Okay. Okay, now we'll hear the name of the restaurant. Yes, the curry palace, that's the one. Okay. Und am nächsten dran ist... Copley... Okay. Do you remember what color dress she was wearing that day? I can't remember. Robert, you mentioned the... Oh gosh. Do you remember the name of the restaurant? Yes! Okay, that's that new show. Okay. 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 No, that's not right. Okay. 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 These look like pieces of the same picture. Who is this person? Robert, please stay here. Don't take long. Okay. Okay. Anscheinend können wir Sachen überspringen, die wir schon mal gehört haben. Das ist okay. Okay. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Ich will mal im Computer gucken. Ich will mal im Computer gucken. Ich hatte gehofft, hier steht was von ihren Schwestern. I don't need to request any evidence right now. Ich habe bereits, was ich brauche. Okay. Das war ja auch nicht seine, ihre Schwester, sondern die Schwester der, die Schwester von Robert Goodman. I don't need to request any evidence right now. Hmm. Wir müssen ja auf jeden Fall irgendwas machen. So, Moment. Moment. Oktober 12, 2008. Recordings of Case 342980. Sarah Goodman's death. Mr. Goodman, can you recall the events of the last time you saw your wife? It was last Wednesday. I had to leave again for a business trip. What do you do, Mr. Goodman? I'm the vice president of a goods export company. My job involves a lot of travel. Did your wife approve of your lifestyle? No, Sarah was never happy about it. Especially after we moved to Boston. We lived in a small town in California, but with the promotion, I had to move to the headquarters. Did your wife have any friends or acquaintances? No. Sarah was very lonely. Was she depressed? Where are you going with this? Please answer the question. Yes. Sarah was on antidepressants. But she would have never done this to herself. Mr. Goodman, let's go back to that last meeting with her. Was your wife upset that night? Our anniversary was last Wednesday. She was sad I was going to spend another one away. So we had dinner at our favorite restaurant. But I had to leave from there, so we walked to the closest train station. I looked at my cell phone when I was leaving, and I told her, it was our time. Oh yeah. I handed her a note. But the note was so. Damn. What would I need to reenact that time? Oh yeah. Sehr, sehr viel Information. Und auch die Lösung hier, ja, ich habe da gerade mal grob, grober geschaut, ist etwas verwirrend und kompliziert. Deswegen würde ich sagen, ich mache mir da nochmal ein paar Notizen dazu und es geht dann weiter beim nächsten Mal. Bis dahin.